Die Bloody Veritig-Sorren! Die Knall-Angels! Die Wilden-Kerle kriegen noch eine Chance, wo sind die Wilden-Kerle? Okay, können wir einmal nach dem Arme-Kurios sehen? Knall-Angels! Zeigt uns, was ihr könnt! Arme-Kurios! Knall-Angels! Das ist die Wilden-Kerle. Die Wilden-Kreis! Fertig! Ja, Mann! Fertig, los! ¡Muy bien! ¡Pita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien ! ¡Muy bien! Jürgen! 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 Jürgen Das war's für heute. Wir haben viel vorbereitet. Das erste Spiel heute Abend. Moment, ich muss noch eine kurze Sache sagen. Das Geile heute Abend ist, dass es nicht nur ein Spiel ist, wo wir ein bisschen Spaß haben oder sonst was, sondern dass ihr heute Abend für eure Tribes dermaßen viele Punkte sammeln könnt. Es gibt zwar nicht so Pussy-Punkte, so 100, 120, da geht es um Tausende, Tausende Punkte. Also, strengt euch an, Tribes. Willst du noch was sagen, bevor du mich wieder unterbrichst heute Abend? Nein, nein. Das war die erste Unterbrechung und die letzte. Das erste Spiel. Beginner gegen Gewinner. Ja. Und dafür fangen wir, das sollen wir den ersten schon ansagen, ne? Den krassesten. Den krassesten von allen heute Abend. Das ist Leon Mann. Was kannst du besonders gut? Tanzen! Wer will Leon tanzen sehen? Wenn du die Punkte deines Stripes mit draufkwadern möchtest, dass der Junge einfach hier hängt, mit Tape, blind. Genau, du kannst auch alles nehmen, ne? Dann ist das relativ schnell entschieden. Oder du verspimmst in die Gitarre, so krass wie du kannst, три, vier, vier, acht, zwei, drei. Wir ziehen durch die Draßen durch die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht. die für uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, dass jedes Taboo Küsse auf der Haut, wie ein Liebesheiz für. Oh, oh. Dass es zwischen uns auch ist Bilder, die man nie vergisst und ein Ding hat mir gezeigt. Das ist unsere Zeit. Und jetzt alle! Atemlos durch die Nacht ist ein neuer Tag erwacht. Atemlos in die Nacht Ich hab das Video. Ja. Oh. 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 Atemlos durch die Nacht Oh. 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 Okay. 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 Was sollte ich jetzt mal ein bisschen ausnutzen. Starri gegneren, war das jetzt so richtig gut aus! Jare, 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 Jare. Schau mal! Drei, zwei, eins, go! Zählst du mal Lukas? Zählst du? Lukas, 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 Lukas! Er schlägt, er schlägt. Oklas Süssu! Kenürte... Jare, 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 Jare Ja, das ist schwer, du hast das? 100 Punkte gekostet. Gleich läuft ein Kameruch-Song, dazu wird gesungen. Und irgendjemand von euch kann nach vorne kommen, Ronny das Mikro aus der Hand reißen und sagen, ich kann es besser und singt nach uns weiter. Es geht einfach weiter. So, die Performance wird bewertet, wie auch der Gesang. Einfach mit Applaus, wenn der Song vorbei ist. Und das pro richtigen Song gibt, ich meine, 200 Punkte für den Tribe desjenigen, der dann dran ist. Derjenige, der gewonnen hat, wenn er applaudiert oder halt nicht, kriegt die Punkte oder halt nicht und bleibt stehen, denn er darf direkt weitermachen mit dem nächsten Song, bis der nächste von euch kommt und sagt, ich kann es besser und dann. Wir bewerten Pro-Song. Also ein Song läuft durch und es kann natürlich sein, dass hier Pro-Song sieben wütige Sänger nach vorne stürmen und sagen, ich kann es besser. Der erste wäre sehr klasse. Ich glaube allerdings nicht, dass sie überhaupt an mir vorbeikommen werden. Ich glaube auch, dass Ronny der Beste ist von allen. Ja. Ich glaube nicht. Okay, seid ihr alle bereit? Ihr müsst schnell sein, ja? Auch einer meiner Lieblingssongs. Komm, Pro-Buddy, wir sind gestand. Wir sind gestand. Wir sind gestand! 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 Richtig, sie ist völlig unengreiflich, komm ich zeig's dir. Das war fertig für dich regnen, ich schimm dich damit zu. Mein Name aus allen Wolken, der beste Mensch bist du. Ich komm besser, wie soll er auf? Du bist das Ding für mich, und die Curls sind für dich. Oh, 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 ho, ho. Oh, 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 ho. Die Sonne ist ein Alphans, komm. Oh, 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 oh. Und die Körle sind für den, oh, 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 oh. Und die Körle sind für den, oh, 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 oh. Und die Körle sind für den, oh, 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 oh. Don't you ever say, I just want you to go to the floor Gibt's denn die noch andere begabte Sänger oder so? I can never lie I can't keep on the floor I can't keep on the floor I can't keep on the floor Give it up, give it up, give it up I can't live like a wrecking ball I'll never eat so hard in love All I want is just break your heart I can never imply You're running the game Yeah you, you're running the game You're not coming down Slowly stranger like me And now, the angeons on the ground Don't you ever say, I just want you to go to the floor Wir waren immer noch schön und mit durften Ich würde jetzt so forecastesten Lachen aber, ich danke dir, ich bin immer noch ein Ich bin immer noch und ich will nie Du weckst dich, ich darf mich nicht zu haben Ich wache dich, du weckst dich, du weckst dich du weckst dich, du weckst dich du weckst dich, du weckst dich Wer wie wie was in der Luna? Jetzt kommen wir sozusagen zum Filetstück des Abends. Ich möchte einmal meine freundliche Assistentin und ihre Assistentin, also ich mach's eben selber. Das ist eben das jüngste Gericht, aber das Schlimmste. Ah. Es ist so, in diesem Spiel, da ist auch Fleisch bei, hmmm, lecker Fleisch. So richtig, dass du das ekelhafteste. Wo ist das denn so? Kochst du gerne? Ja. Kochst du auch gut? Prima ziehen. Bist du eher so Farce-Cool oder eher so selbstmachend? Was machst du damit? Tomaten, Eier, Röstschwiebel, Knoblauch, yes. Oliven, Rote Beete, Tupfisch. Tupfisch ist das Beste. Leon, Leon. Aus was wir nennen. 2 Minuten. Auf die Plätze. Fertig. Los! Sieh'n euch! Sieh'n euch! Sieh'n euch! Oh man... Sieh'n euch! No, nicht weg! Die Brustschwiebel, ja lyn ist möglich. premiers! Sonst ist Ryu! Ex-State, extra Kulte. We're in a state, we're in a state. We're in a state. Hey, honey. Wunderbar. So, die Themen sind Ristler, oder? Das sind die Zwischenzüge mit Röstenspiegel. Wie gesagt, die Kopie. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Warum? Gewonnen hat's? Du schaffst das! Ja, momentan muss ich noch nicht alleine werden. Was noch? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 20 Sekunden! Leder! 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 Frau Flanisch, da kriegt jeder von euch, jeder Tribe 100 Punkte. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dieses Spiel heißt Nur die Liebeszeit Du kannst vertreten, was Liebe ist Was Liebe ist Was Liebe ist Wenn dich meine Mami küsst Wenn dich deine Mami küsst Ne, das ist der Startschuss von mir Tinder Das war nett Und dann fand ich mich schon sehr hart Schicksale Und dann haben wir uns hier wieder getroffen Und dann haben wir uns gefühlt Wie war das? Wie war das deinem ersten Mal, als du sie gesehen hast? Wie ist das alles entstanden für dich? Das war wie so ein Film Sie stand am Ende des Raumes Nein, das ist Wir haben uns einfach getroffen Ich hab sie angelangelt bei Kapelle Und da sind wir ins Gespräch gekommen Dein zukünftiger Schwiegervater Das ist ja ganz richtig Mein Kind Was für einen Beruf hat der noch mal? War das ein Jugendkorps des Däns Wo ihr euch gesehen habt? Wann genau? Wann genau? Das war am Am 20.02 Also Mein Figurates Wollten wir auch an Wehglauber Wir sind ein paar Ich weiß es schon wieder nicht mehr Wie? Ich weiß es nicht 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 Ich weiß es nicht